Ja, hallo Freunde der Spiegelton und willkommen bei Blacktail. Ein First-Person-Spiel, was wir leider schon gespielt haben eigentlich im Stream. Ich habe aber nochmal neu anfangen, weil wir hatten leider ein starkes Tearing im Video. Das habe ich vielleicht auch in ein paar anderen Videos auf meinem Kanal in letzter Zeit gehabt. Sollte jetzt aber behoben sein. Und deshalb spiele ich das jetzt nochmal von Anfang an, weil ich würde es gerne präsentieren. Es ist nämlich ein Spiel über eine slavische Mythologie, was so eine Mischung aus Märchen dementsprechend ist, Action-Spiel und ein bisschen sammeln und craften. Aber in der Gesamtkombination schon Spaß macht. Und deshalb finde ich, dass man solche Titel auch präsentieren sollte. Deshalb werden wir jetzt nochmal eine Stunde angespielt machen, um euch zu zeigen, was dieses Spiel kann. Wir sind auf jeden Fall eine von zwei Schwestern, die im Wald ihre Schwester, die weggegangen ist, sucht. Und gelten eigentlich als Hexen. Wir sind verstoßen. Wir haben nicht einmal im Gesicht, weshalb uns die Dorfbewohner immer kritisiert haben und gesagt haben, du bist bestimmt mit dem Teufel im Bunde. Und jetzt im Wald sind wir das eigentlich so gesehen wirklich, weil wir können jetzt eine gute oder eine schlechte Hexe sein auf der Suche nach meiner Schwester und müssen moralische Entscheidungen treffen. Das sind nachher mehr und haben halt als einziges Mittel ein bisschen Magie, einen Bogen. Und slavische Mythologie ist halt schon so ein bisschen unverbraucht immer noch, auch wenn es inzwischen ein paar kleinere Spiele gibt, sich damit beschäftigen. Aber auf jeden Fall ein sehr schönes Art Design, sage ich vorne weg. Und wir starten jetzt einfach ein neues Spiel. Wir lassen jetzt alles an. Das werde ich eh dann dabei erklären, während wir spielen. Aber vielleicht kommen wir ja weiter, als wir vorhin angespielt haben. So, es gibt einen Story-Modus, wo man die Welt erkunden kann und es alles ein bisschen leichter ist. Wir machen einen Abenteuer-Modus für die richtige Black-Tail-Erfahrung. Ich werde mich diesmal übrigens ausblenden, weil ich einfach müde bin. Und man muss mich die ganze Zeit sehen diesmal. So, es gibt einen Abenteuer-Modus. Ja, so Bodenschleimer. Dann müssen wir drüber stürmen, weil sonst geben wir uns einen Debug. Den wir aber auch abbekommen haben, weil ich war nicht schnell genug. Das heißt, wir werden daschen, was man mit leeren Maustasten auslöst. Und jetzt kommen wir zum ersten Crafting, nämlich wir müssen uns eigene Pfeile herstellen. Und dafür brauchen wir Federn und Holz. Ist auch reichlich gesät, dass man theoretisch ausreichend Munition herstellen kann. Man kann neun im Köcher haben. So, Bogenschießen. Es gibt einen schnellen Schuss. Es gibt einen Langdistanzschuss. Da müssen wir halt ein bisschen halten. Und es gibt halt den Kraftschuss. Dass wir den Langdistanzschuss halt aufladen, damit wir kritischen Schaden verursachen. Und wir können mit rechter Maustaste zielen und eher gedrückt halten, um den Schuss abzubrechen. Das sind kleine Waldgeister, an denen wir jetzt schießen üben. Und du? Du kannst nicht ein Sekunden ohne einen Leashen auf deinem Knochen. Wie geht es dir, dass du endlich über deinen eigenen Weg stehst? Ich... 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 Ich wollte nie jemanden schlagen. Ich habe immer noch nicht zu. Ich habe immer versucht, was richtig zu machen. Trying ist all you could ever do. Du hast es alles falsch gemacht. Once upon a time, there was a freak with no face. How much longer you want to be a nobody? You just follow in your sister's footsteps. How far will you go when she's not around? Zora's got a plan. She always has one. It's time you had a plan. You want to hide here in the woods? You can't hide from Baba, princess. I just need to find the red oak. The red oak. If anything bad happens... Stop it! Then forget the goddamn oak! What you really want to find is... The hut. What? I... Is it drilling into your little head? The hut. The hut! Just another bad dream. I haven't had a good night's sleep since Zora went missing. I think I finally know where to look for her. But first I have to get some food to get my strength back. Richtig. Wir müssen erstmal ein Reh jagen, dann geht's uns auch gleich besser. I keep having nightmares since... Ich würde nur zeigen, dass man auf der Szene spielt, solange man keine Pfeile hat. Genug gespielt. Beide herstellen. Das sind übrigens Save Points. Dafür muss man auch solche Blumen einsetzen. Dann kann man auch das Inventar mal reingehen. Also, ähm, ne, Federn. Holz. Das sind die Blumen für die Save Points. Honig. Später gibt's auch andere Pfeile. Dafür braucht man Crafting. Augen. Ähm, ich glaube das waren Eiskristalle. Fleisch kann man eins haben. Und das hier ist für Skillsteigerungen. Das sind diese Waldgeister, die man runterschießt. Und das ist halt die Hülse davon. Sieht ein bisschen aus wie Tannenzapfen. Wir haben hier so einen Fähigkeitsbaum. Man braucht für alle möglichen Fähigkeiten. Zum einen, äh, häufig mal eine Schriftseite, die man finden muss. Für andere braucht man das nicht. Sondern man braucht halt gewisse Ressourcen, die man einsammelt. Wo eine Hauptressource ist halt Szene. Die man halt überall im Wald halt auch entdecken kann. Später entwickelt sich das so ein bisschen in, ähm, in eine kleine Open-World-Geschichte hier. Ja, der kleine Igel braucht Hilfe und wir helfen ihm. Und das ist eine gute Tat. Moralische Entscheidungen führen später zu einer Art Bewertung. Und unsere Fähigkeiten können sich dadurch leicht verändern. Na, leicht ist vielleicht. Untertrieben. Eine Sache muss ich leicht kritisieren, ähm, bei dem Einsammeln von Sachen. Es wird nie erwähnt, wann du voll bist. Also du kannst über das Maximum hinaus einsammeln. Also, sie sammelt trotzdem ein, aber, ähm, es wird dir halt nicht gesagt, dass du voll bist. Das ist vor allem für manche Ressourcen musst du halt Sachen machen. Wie zum Beispiel Honig kannst du von, ähm, von Bienen bekommen. Und wenn du diese, wenn du aber mit Honig voll bist, du investierst halt dafür, dass du den Honig kriegst, etwas. Und das muss halt nicht sein. Hat er jetzt gehört, dass hier irgendwo eine Biene ist? Sicher nicht meine Beine? Nö. Das sind die Geiste, die sich über mich aufregen. Geht doch. Das ist die Geiste, die sich über mich aufregen. Die geben uns die Augen. Ich denke mal, dass man alle Craftyc-Materialien, wenn nicht für Fähigkeiten, auch später für die anderen Pfeilarten braucht. Hexenzauber können wir übrigens noch nicht anwenden. Wie ihr seht, bin ich auch eine gute Hexe. Auf jeden Fall spiele ich als gute Hexe und nicht böse Hexe. So, braten wir das Fleisch. Mit einem kleinen, nutzlosen Minispiel. Essen fertig, da sehen wir, dass es gibt gewisse Statuseffekte wie Regeneration, Hass, Fokus und negative wie Gift, Verlangsamung und Verwirrung. Auf die wir halt in der Welt stoßen können. Und so endet der Prolog. Jetzt werde ich aus dem normalen Wald abgezogen in den magischen Zauberwald. Obok sind mystische, äh, mysteriöse Kreaturen, die ihre Augen und Ohren im ganzen Wald haben. Sie nehmen es unter Umständen nicht besonders gut auf, wenn du sie niederschlägst. Ihre Überreste, Shellocks, sind wertvolle Alchemiezutaten. Woher stehst du mich? Oh nein! Ich habe gerade den, äh, Namen vergessen, leider. Da ist es die Hütte von, äh, Yara Baba, Yara Baba, glaube ich, irgendwie, wo der Träger der, äh, der Welt ist. So, die Schein war mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Die Katze, die hier ist, ist übrigens für das Schnellreilsystem zuständig. Die ist teilweise verteilt. So, hier ist der Kessel zum Beispiel, um Fähigkeiten abzugraden. Äh, manche Fähigkeiten sind halt gesperrt und müssen mit einer einzigen verlorenen Seite gebraut werden. Und diese Seiten findest du halt überall in der Welt verteilt. Einen Trank der Vitalität können wir herstellen, weil wir einen gefunden haben, so ein Herz. Dadurch kriegen wir mehr HP. Hier ist das Bestarium, da kann man noch alles nachlesen von den unterschiedlichen Ressourcen. Ein bisschen die geschichtlichen Sachen dahinter. Von den unterschiedlichen Fähigkeiten. Und hier haben wir die Karte, die können wir aber auch so aufrufen. Wir haben alle so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen Märchenbuch-Look. Ich wusste nicht, wo du gehst. Oh nein! Oh nein! Es ist... es ist du... wieder. Aber das ist nicht ein Traum. Also, das ist nicht ein Traum. Also, das ist nicht. Es ist nicht. Überraschung? Ich... Ich... Was... ... Ich... ... 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 Das ist sowas wie ein Umwerfzauber. Eine kleine Druckwelle. Wir haben aber später noch weitere Zauber. Diese blauen Bären bringen übrigens HP. Also füllen meine Energie auch auf. Nicht nur Fleisch macht das. Das ist das, was ich kenne einen guten Winter. Du bist die große Muschröme, die ich in alten Folk-Tales habe gehört. Ich habe nie gedacht, dass du wirklich bist. Was? Oh! Oh, shoot! A human girl! And she's holding a bow. Should we? Wait. This mask on her face. Don't know why exactly, but it makes her look almost familiar. Not many of your kind coming here. Have you lost your way, girl? Ooh, I like her bow! It's such a nice bow! Uh, can I touch it? Did she come alone? Where's she... Keep it down, kids. Can't you see the grown-ups are talking? I'm... I'm looking for someone. And, well, the trail goes over the broken bridge, so... See, Borvi? The bridge is broken! It must have been the fire drake that burnt it. You mean a dragon? A vile, bloodthirsty reptile? No way you've got a real one here. Of course we haven't. A dragon just happens to be the best cover-up for whoever's behind that honey household. Anyway, they call me Borvi Borko. Slippery Jack at your service. My name's Yaga. What kind of name is that? What's that short for? Quit your jabbering! I can't hear what she's saying! Would you... Would you happen to know another way across the river? There is no other way, I'm afraid. We could rebuild the bridge for you, but... Or rather have a bunch of beavers do it for us. Yeah, we sure could do this. But we need to take care of the fire drake first. It seems you've got a really burning issue here with the beast on your shoulders. But I really need to get across the bridge. So... Maybe we can help each other out? You seem like a crafty lass. Help us get rid of the beast, and we'll get the bridge fixed for you. Well, I'm not exactly a dragon-slaying type. Oh, I'm sure you'll do just fine. Go find Rebel, a rather peculiar cursed type. He's a friendly face. Even if it's a bit hard to tell. He'll tell you what's what. Dragon or not, this thing needs to be taken care of. But you should start by finding my friend. The noble Grand Knight. And get yourself a good luck charm. Such as... A horseshoe. In any case, you should follow the dragon's roar. The roar? Just go to the caves west from here. All right. I'll see what I can do. Off to a great adventure I am. I can definitely come in, Azora. Wherever you are. There's an Angle-Spot. But you can't even start, because I can't even angle. It can save your sorry ass. You gotta learn every way to crawl out of your own grip. I think I knew this place. I was here, like... It's been a year now. Painful memories. Good. Pain means you're not dead. Yet. An die darf man ruhig zu einer rangehen. Das andere sind ihr Lichter. Die explodieren, wenn die zu einer... Die... An die darfst du auch nicht zu einer rankommen. Manor führt sich übrigens mit der Zeit automatisch wieder auf. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Yeah, man. Die sehen so geil aus, wenn die explodieren. So wir gehen gerade übrigens ein bisschen abseits vom Hauptweg, weil hier ein Altar ist und auf diesem Altar, also neben diesem Altar gibt es eine Kiste mit einer Seite. Trash or treasure? So, das tat weh. Okay. Dann komme ich außenrum wieder zum Futter. Ich denke, man kann die auch töten, wenn die nicht auftauchen. Die haben nicht um die Heizkrause herum so einen Leuchten. Ich denke, dass wenn er auf dieses Leuchten schießt, dass die dann sterben. Aber ich habe das noch nicht ausprobiert. Das war's. Da habe ich gerade das Übrigens vor allem, wenn ihr richtig gesehen habt. Mit Rechtsklick kann ich direkt das Maximum herstellen, was möglich ist. Ja. 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 der eine Kröte imitiert. Hexensack. Ja, damit ist meine HP wieder aufgefüllt. Ich wollte nur mal versuchen, ob ich den Fuchs erreiche, beziehungsweise es schaffe zu treffen, wenn der auftaucht. So, die Seite habe ich fürs Fallschalten. Adrenalinstub, dafür brauche ich aber auch Zähne. Dein Tempo erhöht sich, wenn du nur noch ein Vitalitätsherz übrig hast. So, und die Katze führt mich übrigens genau dahin zurück, wo ich sie gefunden hatte. Ist schon ein schönes Reisesystem. Wobei schön ja immer relativ ist. Plopp. Es ist uns ja allein zu spielen für diese kleinen Viecher, die explodieren. So kurz vor Silvester. Hm, da ist eine, ein Zahn drin. Ja. 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 Kann ich übrigens gerade nichts sagen, ob ich richtig laufe. Ah doch. Hier ist die Ameisenkönigin. Mhm. Tremble before our might, puny mortal. Soon, the rivers will flow with the blood of all who dare to oppose the eternal empire of ants. I, I beg your mercy, my queen empress. Enough. Show me the way to the human settlement. So I can lead my merciless army and pour my wrath upon them. Ja, wir helfen dir. Lead your armies past the lake, my queen. May your conquest be swift. Soon, all will know the true meaning of horror. Ist ja kein Schrecken. Es gibt mehrere, weil es, ähm, wie soll ich sie nennen, Geister, Persönlichkeiten, die wir antreffen, die uns mit, äh, kleinen Aufträgen konfrontieren. Ist aber, was ich so am Anfang gesehen habe, eher so ein bisschen auflockernd, entspannend, anstatt dass man jetzt, äh, wirklich da total abgefuckt ist von. I'm not taking its life for my own needs. Jetzt. Was ist das? Was ist das? Hier ist der Ritterpilz. Was ist das? 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 Da hat man schon den Vorgeschmack auf mehr Fähigkeiten gesehen. So, Hexen, die an den Rezepte wurden freigeschaltet. Da muss ich aber zurück zum Kessel. Wir müssen raus aus der Schlucht erstmal. Fisch. Ich sollte einen Tag machen. Tja, ihr seht man muss schon ein bisschen sich umgucken, weil diese Szene ja wichtig sind. Da sind übrigens Ameisenhaufen, die können wir zerstören. Das ist wirklich eine gute Tat. Wir müssen mal kurz ins Tagebuch. Das haben wir nämlich damals gar nicht angeguckt. So, Truhe, Statuen, Wildnis. Wobox hatten wir, Beutelkröte. Die Beutelkröte ist ein magisches, gieriges Wesen, das hat die Fähigkeit immer sämtliche Speisereste zu finden. Alle Ressourcen, die du ausfindig machst und die nicht mehr in deinen Taschen passen, können von der Kröte gefressen werden und du bekommst sie zurück, wenn du am Lagerfeuer mit ihr interagierst. Achso, dafür ist die Kröte da. Leib eigene der bösartigen Ameisenkönig. Diese Ameisenart, die den Wald bewohnt, ist das pure Böse. Die Gier der Armee nach Land ist unaufhaltsam. Die Flammen ihrer Eroberer sind unauslöschlich. Sie bauen Ameisenhaufen als ihre Operationsbasen. Versetzt man diesen einen kräftigen Stoß, stürzen sie ein. Ein kleiner Tipp, der sich als nützlich erweisen könnte. Es gibt keinen Grund, die Füchse zu töten. Was nicht heißt, dass du das nicht tun solltest. Also weil du tun kannst. Also die sind definitiv böse. Ich dachte, da wäre noch ein Augen, also ein Geist. So, jetzt kann ich mal Energie mit dem Pfeil verbinden. Das ist dann sowas wie ein Schrottbindelschuss. Dafür muss das aufladen. Jetzt, was war es, die Rastrom wollte? Hier sind übrigens die Bienen, hier kann ich eine Blume opfern. Dann kommen die runter und geben mir Honig, aber ich kann die verarschen und kann ihnen auch den Honig noch abnehmen, wenn ich die runter schieße, ist aber böse. Keine liebe moralische Entscheidung. So, vollführe gute oder böse Taten, um deiner Moralrichtung zu geben. Deine moralische Haltung und einige von deinen Fähigkeiten werden beeinflusst dadurch. An einem gewissen Ort wirst du bei jedem Besuch ein Urteil erfahren, das deine Moral beeinflusst. Liedertrecht, verdorben, böse, gut. Gütig, großzügig. Gib dich deinem Pfad voll und ganz hin. Das sind meine letzten Taten. Ameisenkönig geholfen, böse. Ameisenhügel und Bienen. Gegeben, wieder positiv. Sag mal so, mal so, mal so. Jetzt sehe ich das übrigens gerade. Ähm, die Kröte. Das ist wirklich so, wenn du etwas aufsammelst, was du nicht brauchst, wo du voll bist, dann siehst du die Kröte als Symbol. Ein Igel, die ich wieder helfen kann. Noch nicht ganz. Mana füllt sich alles mit der Zeit automatisch auf. Wenn man es Mana nennen darf. Ahem, Mr. Larve. Wo ist das? Miss, Moment of your time. Oh, a good day to you, Mr. Mr. Lava. Not a very good day to be a Larve, I gotta say. All underwars are drage. Beholders protesting. Lost souls rigging around. And maintenance blocked by those awful routes. Gotta dig the thirst. It's got me all twisted. Tell me, miss. Did I go up or did I go down? Äh, ich helfe dir natürlich. You must have gone up to get here, Mr. Lava. Oh, yes, that's so. Thank you, Miss. I should get back to work. Humans aren't going to move themselves, are they? Da sieht man nicht den Sack. Von der Kröte. So. May your hand be just. For you, she is patient. Gehen wir kurz zurück, weil ich glaube ich habe jetzt genug Zähne eingesammelt für eine Skillsteigerung. Einmal haben wir hinten das Hexenlehrling Ding. Das kann ich noch nicht haben, weil wir nicht genug ins Inventar packen können. Die Dash-Upklingzeit verringern und hier kriegen wir mehr Mana. Fertige zwei verfluchte Pfeile zum Preis von einem. So, um deine Sonnenlicht-Hokus zu wirken, ja versuch durchgehend Schaden und verlangsamt Ziele in deinem schmalen bogenförmigen Wirkungsbereich vor dir. So, hier war kein Lass. Lagerfeuer. Sehr schön. Und dann geht es. Sie sehen die schlussischen Rösen, die von Miser zu sehen, die sie zu sehen, um ihre Rechte zu weit wegzunehmen. Aber keine Rechte sollte so lange dauern. so habe ich euch auch erwischt machen den tier das ist aber doof kannst du hier noch mal einen vogel retten als gute tat aber hier weg dämliche pflanze ich lasse mich von dir nicht beißen hier Geht weg, ihr Schleimis. Wir müssen uns jetzt um den ersten Boss kümmern. Hier ist ein Pilz mit einer Achse im Kopf, wo auch noch ein Mann dran hängt. Also ganz normales Charakter-Design. Hunde Schlinge um den Hals und Sack über den Kopf. Es ist die kleine Gehti-Goat, die von der Stiff-Knecht-Knecht, um mich aus den Explosiven zu retten. Ich bin nicht alle Wärme nach dem Knecht, aber es wird noch genug für euch. Ihr habt wirklich meine Gehti-Goat. Eine Stone, eine Dead Raven. Eine Stone, eine Dead Raven. Da, die Pilze sind gewachsen. Ich hoffe, ich habe hier auch gepasst. Jetzt haben wir ihn aber erledigt. Wettere Boss haben alle, sag ich mal, kleinere Tricks, wie man die besiegt. Es geht doch nicht immer darum, dass man kämpft. Das sei schon mal gesagt. Du kannst mich jetzt sehen. Ähm, ist jemand da? 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 Es geht auch nicht. Nein, nein, wie viel Foren Sie haben. Doch alle besser, dass Sie sich mit Ihnen sehen. Sie verstehen, wie Sie sind. Siehst du was, was Sie habe gemacht. Sieh, ich kann mich erklären... Never tun so! Bedeutung nicht in fronte zu mir. Wiespellen können extrem höfisch, wenn Sie wissen, wo zu hören können. Das ist ein Problem. Es wird hier nicht gegründet. Er wird wieder zurück. Das ist wie die Musherum sind. Das war ein Ende, doch. Du kannst das Paket späteren, aber am Ende des Tages, das ist nicht das, was dich durch die Brücke. Ich bin nicht... Ihr fellow Musherums und ich haben einen Deal gemacht, um die Drage zu entfernen. Die Drage ist nur eine Idee. Eine Fassade zu den realen Problemen der Forst. Die Drage von Honey wäre der erste Schritt in die sie zu beschäftigen, ohne zu so viel nicht notwendig. Oh, ich verstehe. Die Operation geht... ...untercover. Also, wo diese Drage beginnt, genau? Auf dem Offering-Site, unter dem Mill, vor dem so-called Dragon's Den. Take this pot of Honey, plant a lure, take cover, and see who shows up. I'm sure the result may surprise us. You may want to seek me out after you're done there. Some princesses beauty sleep may be just about to end. Hm. Let us proceed with the investigation then, Mister... I'm... a man of shadows. Make sure to never turn your back on them, mast girl. Süßer Pilz. Der mir aber einen guten Tipp gibt, dass der Drache nicht recht ist. Was passiert? wenn es umgekehrt wird? Es ist zwischen uns. Serial-Killers. Sie töten ihn wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. da ist. Und wir töten ihn nochmal. Wenn er wieder fitter ist. Weil wir waren ja... Das war ja sag ich mal ein halber Bosskampf. Weil der hat ja nur ein Viertel seiner HP gehabt. Ich glaube wir mussten jetzt... einfach nach Süden. Und in Richtung der Mühle machen. Und in Richtung der Mühle machen. Oh ja, fast hat es mich erwischt. Kleine Pflanze. mit dem eine Gange. Und es war halt einfach mit dem Schmerzen哪en Kindern. Und es war also animal. Hör einfach experiencia. U dat ist ja nur ein Sinne. fijne ח Fantasie. Hat er ein Wanns multipliert. Eiskristalle mit eingeschlossenen Wesen. Dein Verstand ist im Gleichgewicht, du hast sämtliche Vorteile der moralischen Haltung, die deiner aktuellen gegenüberstehen, zu deiner Verfügung. Eine Zeit lang. Achso, der hat mir einen Buff gegeben, wodurch meine Moral wohl im Gleichgewicht ist. Fokus, der durchgehend Schaden verursacht, du erhältst mehr Ressourcen aus der Umwelt, du erhältst noch mehr Ressourcen, du schöpft die Ressourcen der Umwelt maximal aus, niederträchtig, die Gegner hinterlassen nach dem Tod, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Blutkugeln, mit denen du deine Vitalität regenerieren kannst. Das ist der Hauptunterschied. Und als böse Hexe saugt die Vitalität ab von Gegnern. Du wirst also so gesehen ein Blutsauger. Bluthexe, Blutsauger. Bluthexe. 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 Ich habe dich schon gesehen, mein Freund. Bluthexe. Oh, Miss! Fancy seeing you again. Miss, I'll be honest with you. If I don't get sticks and stones to break old bones, soon there won't be any room left for new corpses. I already have some stones, but sticks are illegal in the underworld. Do you think you could discreetly help me out with, uh, fives? Yeah. It so happens, I might just have some top-tier quality sticks for you from under the table. Thank you so much for your good deepness. In welchem Spiel reis mit ner Larve? Never end up dead. Well, there will be a cozy place down there for you. You have my word. Mit Karten auf dem Rücken. Und ihr geht mir nicht auf die Nerven. Die lämlichen Viecher unten halten mich übrigens. Oh, hier ist ja noch ne kaputte Brücke. Oh, hier ist ja noch ne kaputte Brücke. Ich bin benommen. Hm? Bats. Quite a lot of them, too. Watch out for that noise. That's one problem solved. Übrigens, ich kenne die Ecke hier nicht. Ich bin nämlich jetzt extra einen anderen Weg gegangen. Normalerweise müssten wir jetzt zur Höhle gehen. Vom Drachen. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen ablenken lassen. Boah, scheiße. Ah, guck, da ist eine Blutkugel. Bon Appetit. Kann ich dagegen nicht was machen, weil die verwirren mich. Vorsicht wegen der Spinne, die vergiftet mich. Ich weiß übrigens nicht, was es hier mit auf sich hat. Also ich glaube, dass die auch irgendeinen Sinn haben. Sonst würde man keinen Abseits hinstellen hier im Gang. Okay. 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 Oh, hier sind wir wieder rausgekommen. Okay. sei nicht so überrascht nur weil ich euch erschieße nicht so überrascht muss gerade ein bisschen meine ressourcen aussammeln weil ich so viele pfeile verschossen up läuft doch wobei das auch weiterhin eine böse tat ist aber ich mag ameisen das einzige was nicht limitiert ist aber kann ich ohne ende holen die gnoll's camp waldon miss right place right time Um, keep quiet. How nice. Someone came to dinner. Too bad you didn't give us a chance to tidy up the place first. So much dirt everywhere. I guess we need to at least sweep the floors. What is this? That's the base and the base is something like a town star. So viel to the gnollen. Was it, uh, a broom? Broom? An ancient artifact of great power. But sure, it makes it easier to take care of the trash. But, but what was it even doing here? This thing's got a mind of its own. It found you. It'll be back if you need it. So, we're bound to stick together if you're thick and thin. Yes. I'll ride it wildly in the pale moonlight and howling wind and... Are you finished? Don't push it, Princess. Da war wieder ein Fuchs. hätte töten können die ich aber nicht töten will ja 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 auch ein ich manchmal waren Warum? You know, frogs and fairytales. Three baby teeth and a fat wisp's wing. A goat's bile and a raven's plump. Eye of a spider, a sherlock or two, and a simple scale. Hmm. The dragons will do. Did you hear that too? Ugh. I was hoping for a prince. Odd. Na? Verdammt. So langsam. Mit dem Dash. Ach so. Da ist ein kleiner Igel. Es ist nicht böse sie runter zu schießen. Oh. 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 Ich muss nur aufpassen mit den Giftpilzen hier. Weil ich solange dann in der Nähe stehen bleibe vergifte ich mich. Und krieg Schaden. Pilz. Wie wird das gegen Giftpilz. Ah! Come. Ja oder. Wir nehmen das Gegengift. Okay,ambil nehme das Gegengift. Den Vogel eben retten und weiter. Ach, da ist die kleine Larve wieder. Beachte mich, ich bin zwar nur eine Larve, aber wir können trotzdem Freunde sein. Vielleicht. So, die Abklingzeit für Dashing verringern. Du kannst mehr Ressourcen tragen. Dafür brauche ich 8 Blumen und ich habe natürlich gerade eine Blume verbraucht für das Dashing. Ach guck mal, ich kann mir die Buffs dann holen. Von den Kröten, die ich finde in der Welt. So, da habe ich die Seite gefunden, um die Dash Distanz zu erweitern. Aber ich mache lieber was mit den tiefen Taschen, dass ich mehr tragen kann, weil dann kann ich mich schon die scharfen Pfeile bald erforschen. Ich nehme die Katze. Ja, das ist gut. Was kann ich mir tun, Herr Lafer? An Underworld employee dies, they stay in there forever. An eternity at work? I think I'll pass. Um, well, since you've asked so nicely, just don't take it all at once. Might be too much to handle for the first time. Thank you so much, miss. Tastes like mole speak, but beggars can be choosers. If they don't want to anger Veles with their incompetence... Ich hab dir gern geholfen. Oh, spit it out already. Ich hab dir geholfen. Ich hab dir geholfen. Ich hab dir geholfen. But we've never met. He thinks you're her. She must have been here. Zora, do you know where she... where I went when we met last time? Kill Floor. Some of us die for nothing. Some of us live for nothing. The wisdom of Gnolls. Wisdom? Wow. Who would have thought? Oh, so quick to judge. Gnollwissen. Heinz grubelt sich über Wertigkeit. Welchen Wert hat ein Kronjuwel für einen hungrigen Gnoll? Ist es nicht so, dass der Wert alleine etwas bestehen kann, das süß, warm, weich und glänzend ist? Ein solches Ding ist nur der Honig. Jetzt hab ich ihn angeschossen, hat er sich zurückgezogen. Zurückgezogen. Komm her, kleines Auge. Nicht schlimm, ich war nur... In den Spinnenweben, das ist okay. Zwei Zähne für den Zahnschrank. Ein paar Zweige, ein paar Federn. Alles cool. Das finde ich auch gut, dass das Ressourcensammeln nicht so anstrengend ist. Also die Animation geht schnell. Man kann alles sehr schnell aufsammeln. Man findet auch alles reichlich, jedenfalls bis jetzt. So, dass man nicht irgendwie abgefuckt ist. So, dann wollen wir mal die Falle auslegen mit Honig. So, dann wollen wir mal die Falle auslegen. Oh, uh, neither did I. Listen, kid. My name's Twig. What are you really doing here, Twig? I'm, uh, I'm, I'm, uh, trying to save Blossom, my sister. Ooh, the dragon got her. She's in the cave. You gotta help me. Dragon, huh? Well, I might as well take a look inside. Are you sure? Fett, die Schwester des Pilzes. In der Höhle, die sich gerade erst geöffnet hat, als das Pilz zieren kann. Wo überall Honig verteilt ist. What's that noise? Well, the terrible dragon, of course! Huh? These arrows are dripping with honey. Could they be? Papal sticky arrows? Wow. Too bad, there are so few. Oh, ich kann auch mehr Pfeile haben durch die tiefen Taschen. Uh. Uh. If only we had something sticky to seal that hole with. Hm, ironic. So, wir können die, äh, Bienenstöcke hier verkleben. Mit diesen, äh, Bienenpfeilen. Die wir noch nicht herstellen können. Aber eines Tages können wir das. Weisha! Maurmann! Oh, ich weiß. Ich weiß. Yeah, wir müssen das weiter nachd Оhten, oder? Oh, ich weiß! Irgendwirst du zumoz,것- Die gehen nach einer Zeit leider wieder auf. Ich bin noch nicht sicher, warum man die verklebt, weil mir ist noch nicht aufgefallen, dass da Gegner rauskommen oder sonst irgendwas. Man macht's einfach just for fun. Man klebt ja nur einmal. Ich bin noch nicht sicher, dass du da bist. Du musst jetzt nach unten gehen. Nach unten? Da? Du musst mich nicht schuldigen. Keine Angst, da ist ein anderes Weg raus. Blossom, bist du da? Blossom! Geh es einfach. Ich gehe für sie. haha 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 I can't believe you fell for that you're not the only one twig I'll get you for this haha oh you're not going anywhere here kill yourself haha haha whoo who's there man muss sich vorstellen da ist jetzt ein kobold der der drache ist peewee soo foo excuse me no go away peewee can't help anymore honey will bite your head off you'll feed peewee one way or another ja das ist peewee muss aber honig einsammeln damit ich hier diese löcher verstopfen kann auf dem boden weil dadurch mache ich bonus schaden gegen den beiden nur mit pfeilen werde ich nicht genug schaden erzeugen schaden 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 hir 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 peewee hir Ja, das sieht gerade ein bisschen aus. Es gibt ein paar Spendstellen hier, wodurch wir zum Beispiel Leben generieren oder auch Pfeile wiederbekommen hinten an dem Pilz zum Beispiel, aber nur sehr sehr wenig. Und deshalb mussten wir übrigens die Beam-Dinger verkleben an den Seiten, weil nur dann die Geysire funktioniert haben. Warum auch immer, es ist einfach so. Oh, ich kann sehen, dass dieser schmerzende Stomach ist, dich zu töten, aber es gibt keinen Grund, dass deine Geys so wie das. Warte mal, du bist nicht ein realer Draken. Du bist nur ein Imp. Aber größer und mit... Cool war Diskriminierung. Er sieht bestimmt wie ein regularer Imp für mich. Ein Imp? Vielleicht ein lang, langes Zeit vor. PeeWi, oder? Was hat dir passiert? PeeWi und seine Brüder, LeWi, waren für die Brüder. Für ihre Brüder. Wendt deeper als je früher. Und... ...ein der Brüder. Oh, the roots gave them strange thoughts, gave them hunger, made them see terrible things, made them see her. Her? Shut your goddamn gob, Pee-wee, or I'll stuff it with more honey. Um, is your brother somewhere around? Lee-wee? No, he got out, escaped the roots, went home, no doubt. The sacred grove. Then the children came. You mean the little mushrooms? They said they'd give Pee-wee a share of honey, if he helps them get more of it. Oh, if he makes dragon noises. Hmm, liquid gold rules the world. Oh, Pee-wee, so full. Oh, can't have any more. But, please, one more final sip. Before... If that's what's best for you, here. Oh, yes. So sweet. So... Oh, take, oh, oh, step back. Oh, holy shit. You heard what he said? The roots did this to him. Ist er grad geplatzt? Das war sogar ne gute Tat. Pee-wee, noch mehr Honig zu geben. Leben, da win. Whatever. He used his linha'd... Es Shane. If he's still here, you Coburn's. So that's pretty. I'm still using those鄉. Ja, frische Luft. Ja, ich muss erst kämpfen, dann sind wir frei. Vor allem toll, mich direkt nach dem Kampf damit zu konfrontieren. Also mit noch mehr Gegnern. Das ist wieder die Ameisenkönigin. Kommt nicht über den Fluss. Wir brauchen Weapons of War, für unsere Enemies zu cower in Angst. Ich glaube, ich bin kein Blacksmith, Herr Herr. A bow und ein paar Arrows ist all I've got. Arrows. Eine Strategische Ressource für die Konkweste. Bring mir fünf Arrows, und die Empire of Ants will annihilate all that stands in its way. May the Legion of the Ant Queen accept my offering. This shall not go unawarded, my soldier. Tja, aber deine Soldaten werde ich weiterhin töten, wie ich sie entdecke. Achso, ich habe keine normalen Pfeile mehr. Deshalb wechselt der jetzt gerade automatisch auf die... Oh krass. Hm. Why would anyone build a deer statue in the middle of the woods? Um von sich abzulenken. Und nun der Tempo. Lange auf die Abhäten. Um den Median zu ARK. Um die Abhäten zu Cauchen. So schnell geht's ab. Um das passiert und nur ein FNAF. Um das passiert. Wechseln hier. Um das passiert. Möse. Ich glaube es ist die letzte Welle, sonst habe ich nämlich nichts mehr. Den Wächter erwecken. Mein Schatz ist nur für die Natur der fliehenden Bestien, egal ob groß der Klein, für jene die Lügen erkennen oder sie weben. Ich werde zurück, wenn ich bereit bin. Ich werde zurück, ich werde zurück, ich werde zurück. Ich kann ja nur die. Ich weiß nicht, wie dieses Rätsel gemeint ist mit der Wächterstatue. Ich werde jetzt eh zurück zu den Pilzen. Was haben wir noch in meinem Sack? Sieben Federn. Vor allem habe ich gesagt, man hat immer genug Ressourcen. Ja, ein bisschen suchen muss man schon. Du wurdest gütig. Hook ist der durchgehenden Schaden verursacht und ziel im Moment. Der Besten bleibt länger bestehen. Und ködert Gegner in der Nähe. Achso, der Besen. Der ist falsch übersetzt. Der Besen gerät einen kleinen Teil deiner Vitalität. Wäre doof wenn der Besen äh, also bei der anderen ist das ja bei Bösen weg... machst du ja live Leech und dann hier scheint das so zu sein, dass der Besen mich dann unterstützt. Hä? Bist du nicht der? Wovor versuchst du mich wegzulocken? Hm, er lebt wieder. Hm, 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 hm. Der Stein, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, aber an der Stelle machen wir Schluss mit dem Angespielt. Ich hoffe es hat euch sehr gut gefallen. Ich finde es auf jeden Fall vom Art Design und vom Spiel selbst eigentlich eine sehr coole Geschichte. Mal ein bisschen abseits so vom Mainstream. Ist auch nicht so teuer. Ich glaube jetzt mit dem aktuellen Sale sind es 23 Euro. Es kommt auch ganz weg bei Steam inzwischen. Bei einer kleinen Community. Falls euch das alles gefallen hat, unterstützt die Entwickler, kauft euch das Spiel. Über den Link unten. Dann könnt ihr gleichzeitig den Kanal hier noch unterstützen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie es denn war für euch. Und ob ihr vielleicht mehr sehen wollt zum Spiel. Dann kann ich mir vielleicht überlegen, ob wir das dann auch noch ein Tickchen weiterspielen. Bis dahin. Tschöle, euer Imperator. Danke fürs Zuschauen. Bye. 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 Bye.